Entschuldigen Sie, wissen Sie wo es hier zum Lidlmarkt geht? Ja, Lidl, das ist doch an der nächste Ecke links rein. Lidl, links, das bekommen wir nie raus. Denn Aldi hätte ich ihm erklären können. Warum fragt er ausgerechnet mich? Was will der Mann überhaupt in Lidl? Soll ich ihn irgendwo anders hinschicken? Wenn er dreimal rechts abfährt, kommt er doch auch zum Lidl? Ja, dann fahren Sie geradeaus der zweite Straße rechts. Dann fahren Sie am Ende wieder rechts. Und dann wieder rechts. Und dann fahren Sie geradeaus. Und dann schätze ich, nach so 200 Meter ist das Geschäft. Also dreimal rechts und dann immer geradeaus. Richtig, dann kommen Sie da hin. Gut, vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Was soll's? Er hat doch ein Auto. Da ist er doch schneller da. Wahrscheinlich sogar schneller, als wenn ich ihm den direkten Weg erklärt hätte. Für das Wort links hätte ich sicherlich mehr Zeit gebraucht. Oh! Oh! Tja, das ist völlig schön. Oh! Vielen Dank.